Hallo Freunde, ich zeig euch jetzt mal was cooles. Das ist das Lampenfieber und 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 und. Ich bin der beste Spieler, natürlich. Freunde, willkommen zurück zu Super Mario 64 Online. Wieder, wir stehen jetzt erstmal sicher, ob ihr auch die letzte Folge gesehen habt, die bei SIRL auf den Kanal kam. Falls noch nicht, geht sofort auf den Link in der Beschreibung, da kommt ihr direkt hin. Ja, ich spiele Peach, du spielst. Auch Peach, geil. Und hier als. Die schwebt 5 Sekunden. Echt, ist die gut oder schlecht? Okay. Ja, wir machen heute den zweiten Bowser, das ist auf jeden Fall der Plan. Dann gehen wir noch direkt in den ersten Stock. Er ist schon mal hier in der Welt und kümmert sich ums U-Boot. Ich werde mal die Truhen öffnen. Was ist echt jetzt? Die schwimmt doch ganz normal. Doch voll. Ich schwimme ganz normal. Dann schwimme ich schon mal zum... Ne, du kannst das U-Boot. Nein, ich schwimme schon mal zum U-Boot. Dann können wir direkt in den zweiten Bowser machen. Da sieht man halt einfach mal wieder, wer der inkompetent ist. Also ich sehe hier wirklich kein Problem. Was ist passiert? Oh, das hat irgendeinen Bug ausgelöst. Aber ja, also ich schwimme ganz normal. Alter. Der Lag ist real bei mir. Ja. Ja. Also du kannst eigentlich außerhalb der Welt warten. Das Wasser geht gleich zurück. Alter, das stimmt. Ja. Nein, nein, das könnte... Da wird euch schon irgendwie dran gedacht haben. Da wird euch schon irgendwie dran gedacht haben. Also ich habe jetzt einen Stern. Alter, Peach läuft einfach rum. Lega. Seit es weiter ist der Türsteuer. Das sieht so bescheuert aus. Alter, du bist beim U-Boot. Du bist beim U-Boot. Mein Gott. Alter, ich werde dir deine Freundin lachen die gerade im Hintergrund. Weil du so ein richtiges, kleines... Weil du einfach so ein kleiner Sohn bist. Ich warte hier auf dich. Ja, ich warte hier auf dich. Dann können nämlich zwei Prinzessinnen gleich Bowser zerlegen gehen. Nee. Vor dem Bowser. Also vor dem Schacht. Ja. Switch auf Peach. Ich warte hier auf dich. Da bist du. Okay. Ja. Gut so. Ja. Okay. Let's go. Ja. Auf geht's. Rein da. Ich bin... Ich bin... Ich bin schon reingegangen. Aber ich warte im Lave-Eingang. Ja, oder warte. Wir können... Nein, nein. Wir starten hier direkt. Booste ich direkt mal nach vorne. Alter, wie die ihre Arme nach oben hält, ne? Was zur Hölle? Alter. Probier's nochmal. Oh. Okay, warte, warte. Oh. Warte, warte. 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 Ja, klar reicht das. Oder nein. Wir können hier einfach selber schweben. Auf geht's, du schwebst den Silber. Alter, die ist so overpowered, ne? Du kannst fünf Sekunden schweben oder so. Ich nehm die roten Münzen mit. Ist ja mit Peach kein Problem. Komme ich von hier direkt da rüber? Uh, das klappt, das klappt. Ja. So sieht's aus. Ey, wie krass ist das denn? Mit dem Schweben. Ist einfach... Das ist insane, ja? Oh Gott, Cam. Ich bin schon die Stange hochgeklettert. Ich speedrun das Ganze hier. Oh, ich muss wieder runter. Oh, ich muss runter. Ja. Die ist halt hart mies, ne? Aua. Ich merk schon. Kaum ist Justin's Freundin da, steigt sie in Testosteronenspiegel direkt mal um 300%. Alter, es kommt einfach nur noch die Sexual... Oh, schön. Wir finden... Aber jetzt mal so... Aber jetzt mal so kurz Real Talk. Ich find's halt schon krass, dass es einfach nicht nur ein Online-Mode ist, sondern einfach so viele neue Charaktere mit neuen Fähigkeiten kommen. Das hilft, ich halt schon... Du kennst mich doch. Alter, Uli hat sich mit dem selber umgebracht. Ich auch, aber ich brauche immer noch... Der ist auch noch 100, ja? Alter, das Schweben ist halt... Oh, 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 oh. Oh ja, also Ansprüche stellte auch noch der Hösse. Alter, wie geil ich mich hier abkürzen kann. Ja, klar. Du kannst einfach über alles schweben. Ich fahre gerade mit dieser sich drehenden Plattform nach oben. Ich gehe immer weiter nach oben. Ich bin jetzt... Da. Okay. Okay. Stirb, du Hund! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Bitte nicht, bitte! Huh, huh! Okay, warte mal. Äh, Moment. Die ist... Wo ist denn die? Wo ist denn die? Ich sehe nichts! Ich bin tot! Nein, ich lebe noch! Weil ich muss dann die... Oh! Huh! Äh, fuck. Äh, ich warte. Ne, noch nicht. Ich warte erst, bis die Stange wiederkommt, dass ich safe bin. Okay, jetzt muss ich den Stern holen. Äh, warte. Boost mich mal nach oben. Mach mal hier Trampolin. Ne, hier vorne an der Kante, bitte. Ja. Ich boost mich da hoch. Do it. Mach. Oh, nee, das geht nicht. Schade. Oh, ich warte da hoch. Oder, mach nochmal. Ich gehe auf die... Auf die dünne Mauer. Nein! Oh, hu! No! Mama mia! Äh, äh, äh! Huh, huh! Nein! Ich habe mit einem... Einmal überlebt. Und wie ist das herrscht? Alter, jetzt ist... Ich bin gerade kurz... Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber... Ich schätze, es hat keinen Einfluss. Weil es da einen immer mit derselben Geschwindigkeit weghaut. Also rein programmiertechnisch würde ich das jetzt sagen. Aber wir können es gerne mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass die Anfangssprunggeschwindigkeit sozusagen eine Auswirkung hat. Ich komme da nicht hoch. Das ist... Das ist... Das ist insane. Ich komme da einfach nicht hoch. Okay, jetzt bin ich oben. Oh nein, hier ist noch ein Warm-Up. Aber ich kann nicht schweben. Sehr schön. Ich habe ja nur noch zwei Leben. Aber es ist gar kein Problem. Ey, die Moves von Peach ist einfach so dick mit breiten. Alles ist einfach... Es ist Kohle-Peach und Farid-Peach. Alle Peach ist einfach breiter als der Türsteher. Drei... Alle Peach ist breiter als drei Türsteher. So fast. Ja. Doch. Ich sehe gerade erst, wie du durch die Luft geschleudert wirst. Aber ich habe einfach nur noch zwei Leben. Ich gehe einfach drauf, sobald ich ihn berühre. Oh, er portet sich. Ich glaube, die andere. Okay, ich habe ihn. Aber jetzt sehe ich dich. Ich sehe dich mit dem Bowser sich rumdrehen. Alter, ich... Junge, es ist einfach mal hart. Okay, Moment. Oh, der fuck. Alter, ich habe... Schlecht. Bist du echt dead? Oh, nein. Ich habe nur zwei Leben. Ja. Ich habe trotzdem nur zwei Leben. Ja. Oh, jetzt. 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 Zack. Zack. Bap. 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 Das war der Treffer. Er ist down. Okay, du kannst eigentlich das Level verlassen. Ich habe den Schlüssel. Puh. Alter, Peach hat einfach solche Oberarme. Das ist... Das ist... Das ist... So locker... Locker 44er Bizeps. Warum ist bei mir alles... Jede Textur rot teilweise. Der Schlüssel lagert auch schon rot kurze Zeit. Also ich habe... Ich habe... Ob man durch die Tür passt. Also das ist einfach so eine, die so die Arme nach außen drückt und sagt, ich habe die Tür, weil ich zu breit bin. Ja, genau so ein ist... Aua. Ey, er hat zweiter Stock direkt. Madame. Alter. Leg dich nicht mit mir an. Junge, Alter. Ich bin so breit. Wie mit den Armen nach vorne wackelt. Warte, warte. Alter, du nimmst dich den Glitch, bist du scheiße. Ey, der geht nicht mit dir. Doch, er geht mit dir. Doch, der geht mit dir. Welchen? Wart mal. Wir können, glaube ich... Boah, ich glaube, wir können hier richtig abkürzen. Wo bist du? Zum Bowser hoch? Okay, den muss ich auch probieren. Hä? Ach so. Okay, warte, den muss ich auch probieren. Ich habe den noch nie probiert, aber den kriege ich hin. Warte. Warte. Oh, nee, das war nichts. Ah, Kamera, please. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh, fuck. Okay, nochmal. Okay, Moment, Moment, Moment. Nee, Alter, ich kann jetzt nicht gut genug Spammen, irgendwie. Ah, nee. Scheiß drauf. Ja, mach das. Ich weiß schon, wie der geht. Ich weiß schon, wie der geht. Hallo. Wir können die Rutsche machen im Fliegenpilz-Fiasco. Ja, Mann. Ja, klar. Und dann können wir wieder gucken. Alles klar. Du kennst das Game echt nur vom Speedrun, oder? Alter. Du hast es noch nie zu 100% durchgespielt. Alter. Alter. Wo bist du? Ja, ab und zu muss man einfach die Dinge mal reinstecken. Das stimmt schon. Jetzt, ich verstehe auch nicht. Alter, ich habe dich geboxt. Sorry. Komm mit. Komm, komm, komm. Alter. Ich slappe hier jeden. Ich slappe jeden, den ich will. Okay. Du folgst mir jetzt einfach, okay? Wir machen uns einfach so ein Schädel. Alter, wir können uns richtig nennen. Ich bin in das Pilz-Bild. Nein, das Pilz-Bild. Bist du durch eine Tür gegangen? Nein, nicht durch die Tür. Nein. Nein, du musst da raus. Ich bin hier mit dem größten Volltrottel auf YouTube zusammen. Ja, ein kleines. Ich hole dir bald mal einen Stern. Warte. So, ne. Wir schweben einfach kurz hier rüber. Zack, da ist der Stern. Ich komme gleich aus dem Bild raus. Du bist schon wieder... Du musst denn keine Tür. Dicke. Weil ich da gerade rausgekommen bin. Aber du folgst mir jetzt einfach, okay? Du musst einfach... Ja. Folge mir, mein Sohn. Folge mir. Hinter nach hinten. Auf geht's. Junge. Muck nicht. Muck nicht, Dicke. Nein. Folgen mir einfach, mein Sohn. Bist du noch da? Oder habe ich dich schon abgehängt? Ich bin hier rüber. Hallo. Kollege. Sehr schön. Ich habe übelst kassiert. Okay. Aber wir sind gleich da. Wir können tricksen. Wir können hier tricksen. Ja. Warte. Warte. Weiter. Weiter. Und jetzt nicht hüpfen. Chill. Chill. So. Ich zeig's dir. Ich kill mal kurz die Goombas. Okay. So. Du Sack. Ja. Okay, chill, chill. So. Und zwar. Siehst du da oben im Wasserfall den Stern? Ja. Do it. Du bist drin. Ich geh mal kurz auf den Berg hoch, weil es gibt auch einen Stern einfach nur den Berg hochklettern. Mach ich kurz. Lauf an dieselbe Stelle wieder. Da ist nämlich auch gleich die Rutsche. Wir treffen uns gleich da wieder. Und da machen wir den Race, ja? Alter. Das ist dead game, ey. Weißt du, du läufst einfach zusammen hoch im Boot. Kurz zum Stern selber. Das ist too easy. Bist du schon wieder da? Mein Sohn. Was denn? Ja. 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 Oh Bis zum nächsten Mal.